Die hierzu erwerbende sanierte Einzimmeretagenwohnung befindet sich in Leipzig. 1900 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Bei einer Wohnfläche von ca. 45 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 190.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020